Herrlich du, herrlich! Das Ballett auf dem Acker du! Wir haben die Hänger voll geknallt hier, geil! So, Herrbitte! Geil! So, das Essen fluttert auch herbei! Ja, das kann ich mir vorstellen, das habe ich bloß nicht gesehen! Und hier, herrlich, der Dietmar und der Dino machen hier das Kornähm. Dass es auch wieder Brot gibt und alles hier für uns alle. Bei der gottverdammten Hitze hier machen die das da drinnen. Ist kein schöner Job, aber geil, dass sie es machen. Wenn man das mal so gesagt hat. Mit der 40 Jahre alten Technik hier. Die sind halt sehr reutig auf dem nörgeneinen Handy. Aber die Kenner unter euch werden das erkennen. Fortschritt! Wunderschön! Und so ist das Leben! Und so ist das Leben in der Kornähmung. Und so ist es, nur unter Lieblings-Kornähmung.